Herzlich Willkommen zu Joselins Traum TV. Ja, ihr seht schon, es ist heute planetarisch bei mir. Die Mutter Erde, Solavana, in ihrem kristallinen Licht fließt heute schon energetisch zu euch. Denn so durfte ich in den letzten zwei Tagen ein, wow, kraftvolle Tage mit Gleichgesinnten zum Wohle des Ganzen fließen lassen. Mit der Kristall Community, die immer mehr und beständiger und größer wird und wir immer mehr Licht voller und Licht streuen und fließen lassen dürfen, aus uns heraus und verteilen. Ich begrüße euch heute von ganzem Herzen. Denn die Community-Treffen der neuen Zeit, die jetzt vor allem anstehen, warum auch der Titel so ist, ist, dass ich euch sagen möchte, dass auch so viele Videos jetzt schon nach draußen gegangen sind, um zu erklären, was in den nächsten Wochen, Monaten anstehen wird. Aber vor allem das besondere magische Datum, der 21. Dezember 2020. Und so möchte ich euch sagen, dass am 30. November zum Vollmond vor allem diese Energie gestartet ist, der Befreiung, der Reinigung in dir, des Auflösens, dass dein Neukörperprozess sozusagen, dein Lichtkörperprozess in die Erstrahlung kommt. Und da wurde viel freigesetzt und viel zu uns geschenkt, hineingegeben aus der geistigen Welt und auch der Mutter Erde. Und das habt ihr gewiss gespürt, dass die Energien manchmal wow sind. Manchmal ist man einfach unglaublich durcheinander. Man ist langsam oder man schwingt sich plötzlich zu großen Kräften zusammen und ist sehr überschwänglich. Man hat Themen, die man plötzlich im Feld hat, ist emotional. Das alles geschieht, weil dein Körpersystem, deine Trinität, sich immer mehr in die Trinität schwingen möchte. Aus der Dualität in die Trinität. Und ich und Joseline sind hier, weil wir Gleichgewicht zu euch schwingen möchten dürfen und die Trinität ins Bewusstsein, in eure Stärkung sozusagen schwingen dürfen. Und so bekamen wir auch den Auftrag, am 21.12. für euch ein öffentliches Community-Treffen zu veranstalten. Und ja, was ist das mit diesem 21.12.? Viele hören es, auch die Nancy Holden hat ein wunderschönes Video schon dazu gemacht, das mir auch wieder wundervoll bestätigt hat, was wir alle doch so sehr fühlen und auch so sehr bekommen aus der geistigen Welt. Denn auch ihr bekommt diese Informationen, nicht nur ich oder jemand anderes. Denn wir sind ja, ihr in euch seid ja die göttliche Wahrheit. Ihr spürt dies genauso. Und so sind wir und andere sozusagen die, die euch jetzt begleiten, damit ihr genauso in eure Kraft jetzt kommen könnt und eure Informationen aus euch selbst schöpfen könnt. Und ja, das ist das Interessante, an diesem 21.12. wirklich die Konjunktion Saturn und Jupiter, die da zusammenspielen, die an derselben Stelle stehen an diesem Tag. Und so berichten ja viele davon, dass diese Konjunktion, die da stattfindet und diese Planeten, die sich da an derselben Stelle platzieren, dass dieses Jahr bei Jesus Christus Geburt schon stattgefunden hatte und jetzt in diesem Jahr sich wieder genauso kristallisiert, was ja wirklich kräftig und sehr magisch ist. Und was hat dies zu bedeuten? Ja, das Wassermann-Zeitalter bricht an, der Aufbruch ins Wassermann-Zeitalter 2021. Das bedeutet, wir werden viel in das Schöpferjahr, in das Neuschöpfen hineingehen. Dein Lichtkörperprozess wird sich immer mehr entfalten. Du wirst immer mehr und höher schwingen. Und da spüre ich die Gemeinschaft am 21.12. Und aus diesem Grund darf ich aus der geistigen Welt dieses Community-Treffen gestalten mit Energieausgleich. Ihr könnt es auf der Homepage finden unter www.magischer-shop.de. Da findet ihr die Wintersonnenwende. Ein magischer, heiliges, wirklich großes Spektakel. Warum? Weil das goldene Zeitalter erwacht. Das goldene Zeitalter des Christusbewusstsein. Sozusagen immer mehr in dir erwacht. Und so auch wie Nancy Holden es schon in ihrem Video beschrieben hat, wird eine enorme Schubkraft natürlich stattfinden in den nächsten Wochen. So spüre ich das auch, empfinde ich es aus meinem Bewusstsein heraus. Fühl gerne nochmal nach, wenn du in dieses Datum fühlst und in den nächsten Wochen. So spüre ich, dass wir uns zusammentun dürfen, uns gemeinsam in diesen Raum einfinden dürfen. Und so darf ich mit Joseline und meinem geistigen Team einen heiligen Raum eröffnen und euch Energieübertragung an diesen besonderen magischen Tag übersenden. Ich bin sozusagen der Kanal für euch und durch mich fließt das fünfte Element. Ich darf dieser Kanal sein, in dem ich mich vollkommen dafür hingebe und euch sozusagen diese Energie übertrage. Und da spüre ich Jesus ganz stark. Und noch viele andere himmlischen Helfer, weiße Engel, die ich spüre. Ja, die Mutter Erde, die ja auch für euch, Himmel und Erde möchten sich in euch, ja, möchten euch Energie senden, starke Kraft, euren Lichtkörper weiter aktivieren, diese kristalline Energie in euch entfalten. Und das ist eine hoch schwingende Energie, ein wirklich heiliges Spektakel, das ich mit euch teilen möchte, mit euch gemeinsam sein möchte, euch in Seelenform, möchten wir uns verbinden mit all den wundervollen Wesen, die euch umgeben. In einer kraftvollen, wirklich Lichtkanal, der da fließt, wahrlich für uns gestaltet. Metatron führt uns, wird dieses Feld stärken und für jede Seele, die dabei sein möchte, in dem Moment, dass du dieses Meeting buchst und mit uns bist, bedeutet dies schon, dass du dabei sein möchtest. Ja, und das ist kraftvoll. Ich werde dafür viele Vorbereitungen treffen, denn das bedeutet nicht, wenn ich ein Community-Treffen mache, dass ich dann hier sitze und schon losbeginne. Nein, ich bin da zwei, drei Stunden vorher schon beschäftigt, meistens schon zwei Tage vorher, um dies vorzubereiten, um den Raum zu öffnen, um Informationen zu bekommen, um mich vorzubereiten. Das ist eine große, große Vorbereitung. Mein Mann und meine Tochter spüren das dann auch, dass ich da schon bereits in einen Kanal einschwebe und schon Energieübertragungen und Schwingungserhöhungen bekomme, um für euch dann am 21. bereit zu stehen, damit ihr das bekommen könnt, was für euren Seelenplan jetzt von großer Bedeutung sein wird. Ihr spürt den Aufbruch. Ihr wollt ihn in euch immer mehr öffnen, euch öffnen. Ihr wollt euch immer mehr entfalten. So wird das Jahr 2021 ein Entfaltungsjahr voller Wahrheit, voller Ehrlichkeit, voller Tatendrang. Und so bitte ich euch auch, diese Energie für euch zu spüren, mitzunehmen und dann wirklich mit dieser Kraft, die am 21. in euch fließen darf, als Geschenk dann für die Raunächte mitzunehmen, die euch dann wahrliche Botschaften bringen werden für euer neues Jahr. Ja, natürlich ist auch der 14. so siehst du auch, dass der 30.11. der Vollmond und sozusagen jetzt der 14.12. der Neumond, ja natürlich ist jeder Neumond eine Erneuerung deines Selbst, aber dieser Neumond, dieser Neumond ist anders. Dieser Neumond ist hochenergetisch, hochschwingend. Er möchte dich vor allem einschwingen auf den 21. und auch da darf ich dich begleiten in diesen heiligen Raum, die ja von der Mondin übertragen kam, der Auftrag, und auch der Trinität der Mutter Erde, der dreifaltigen Göttin, dir wiederum Energie der Vorbereitung senden. Also wenn du dies spürst, die beiden Community-Treffen sind auch im Shop zu finden, ja, der Neumond am 14.12. und auch der 21.12. Und der 30.12., das ist der Vollmond, der alles sozusagen dann für dich nochmal in die Vollkommenheit bringt, in die Harmonie mit all deinen Dingen, die du schöpfst. Das wirst du spüren. Aber so möchte ich dich vor allem zum 21. einladen. Und ja, diesen Lichtkörperprozess, diese enorme Schwingungserhöhung, die da entsteht für dich, dass du eintrittst, wir Hand in Hand in dieses Tor, das sich uns öffnet, so wie auch Nancy Holden es schon beschrieben hat und wie ich es auch empfangen habe, ein Dimensionstor, das sich öffnet für uns, um in diese neue Schwingung einzutreten, in dieses, ja, anstupsen des Wassermann-Zeitalters, des goldenen Zeitalters, des Christusbewusstseins, deines Lichtkörperprozesses. All dies fließt jetzt zu dir. Und all dies steht jetzt bereit. Ich bin bereit. Ich mache mich bereit. Ich werde mich, ja, mehrere Tage darauf einschwingen, schwimmen auch, ja, in energetischer Form sozusagen, denn bei mir ist alles Musik, Schwingung, Klang, Farben, ja. Und so siehst du auch, du siehst auch den Schatten hier, ja, und auch die Mutter Erde, die hier ist. Und, ähm, Yin-Yang, ja, Yin-Yang. Licht, Schatten, männlich, weiblich möchten sich ins Gleichgewicht bewegen und möchten vor allem miteinander harmonisieren. Und, ähm, dafür bin ich mit Jocelyn hier auf der Erde, um euch begleiten zu dürfen, euch ins Gleichgewicht zu bringen, mit all den Kräften, die uns zur Seite stehen. Der positiven, wundervollen, göttlichen Kräfte, die uns hier mitschwingen. Und das sind enorm viele. Ja, enorm viele. Das fünfte Element, das kristalline Licht, möchte immer mehr die Energien geben und senden, damit du dich immer mehr wahrnehmen kannst. Damit du vollkommen aus deinen Vollen schöpfen kannst. Damit du auch wirklich klar weißt, ja, das ist der Impuls, es ist für mich jetzt stimmig. Damit du aus deinem Bewusstsein schöpfen kannst. Ja, natürlich sind wir in der Gemeinschaft unglaublich kraftvoll. Aber auch du in der Einheit bist unglaublich kraftvoll. Und so bekam ich auch wundervolle Botschaften, magische Botschaften der himmlischen Sphäre. Vor allem, tanz im Licht, sei im Licht, bewege dich im Licht, sei du selbst, strahle und leuchte mit deiner Seele. Vollkommen. Das passiert immer mehr. Du wirst immer mehr in deiner Seelenpräsenz zu Licht. Du spürst das Licht in dir. Es fließt in dir und aus dir raus. Die Erkenntnis in dir wird immer klarer. Magische Werkzeuge wirst du bekommen. Du wirst schreiben, du wirst spüren, dass du kreativ sein möchtest. Du wirst dich entfalten. Du wirst mit deinen Sternengeschwistern dich verbinden. Mit deinem wundervollen Team, das dich umgibt. Und so auch im neuen Jahr mit Mutter Erde Solavana miteinander schwingen. So kam auch die Erkenntnis des grünen Manns. Ja, was ist der grüne Mann? Der grüne Mann ist dieser Samen, der in dir reift. Der Frühling, der in dir gebiert. Dann im neuen Jahr, wo du dann neu schöpfst, wo du aufblößt, wo du wirklich im Aufbruch bist, wo du dann wirklich noch vorangehst und startest einfach mit deiner vollkommenen Vertrauen in dir und der göttlichen Führung. So möchte dir der grüne Mann, der Frühling in dir sagen, dass es reifen wird, dass du strahlen wirst, dass du im Licht tanzen wirst, dass du all deine Erkenntnisse im Innen, die entstehen und gebären, dann nach außen gebären wirst. Wie ein Kind, das geboren wird in dir. Viele magische Momente und Wunder werden dir in den nächsten Wochen offenbart. So gehe nach innen. Bleibe in dir. Und du brauchst nicht lange meditieren. Du fühlst es auch schon im Tagesbewusstsein. Es kommen immer wieder Botschaften durch. Und die Kristall-Community, die ich jetzt in der Signalgruppe vor allem bilden darf, weil es ein sehr sicherer Kanal ist, ein ähnlicher Anbieter wie viele andere Kommunikationsplattformen, ist Signal vor allem das, wo ich jetzt die Communities miteinander verbinde. Und ich spüre und wir sind so im wundervollen Austausch. Wir hatten in den letzten Tagen auch wundervolle Energieübertragungen, die wir miteinander gemacht haben und gestaltet haben. Wir formen uns schon miteinander und fließen ineinander. So möchte ich euch von Herzen danken, dass ihr so im Vertrauen seid, dass ihr so viel Liebe in diese Communities mit reinbringt, dass ihr euch gegenseitig, Schüler und Lehrer, wir sind gleichzeitig Schüler und Lehrer, und fließen ineinander und lernen durch unsere Impulse sehr, sehr viel. Dort geht es nicht um Werbung. Dort geht es vor allem um Seelenaustausch. Um das, was jetzt gerade geschieht, in die Gruppe zu geben und zu sagen, hey, habt ihr das auch gerade? Und dann kommt der Nächste und sagt, ja, ich spüre das und das. Und dann fühlt man, wow, hey, mir geht es nicht nur so. Es geht um viele andere. Man bekommt plötzlich dieses Familiengefühl. Und ja, wenn du das Gefühl hast, dass du Gleichgesinnte suchst, schreib mich einfach an im Kommentar. Du kannst mir auch unter verlag.white-simone.de als E-Mail schreiben. Du kannst hier auch mein Newsletter abonnieren. Da wirst du ganz viele Informationen hier bekommen. In den Newsletter werden immer wieder besondere Botschaften aus der göttlichen Welt zu euch fließen. Und natürlich Hinweise, was jetzt in nächster Zeit geschieht. Vor allem jetzt in dieser Zeit, was jetzt hier gerade so vonstatten geht. Denn dieses Königsbewusstsein und die Hierarchie, das möchte ich auch noch mal sagen, dieses Machtbewusstsein fließt nicht mehr in oben, unten. Es ist in der Gemeinschaft. Deswegen sage ich, das Königsbewusstsein in der Gemeinschaft fließt zu euch im goldenen Bewusstsein des Christuslicht. Und das spüre ich vor allem, was am 21.12. geschieht. Ein heiliges, hochwirksames, Megaspektakel, das wir erleben dürfen, das uns geschenkt wird. Und so viele aus der himmlischen Sphäre und auch der galaktischen Wesen, die mit uns verbunden sind und die sich auch immer wieder bei mir einklinken, sind da dabei, die Sternensaaten, euch alle miteinander in dieser Schwingung vorzubereiten. Schon jetzt. Ihr spürt es. Stimmt euch immer wieder in eurer Mitte ein. Versucht euch immer wieder zu sammeln. Die Erdung ist unglaublich stark wichtig. Und vor allem immer wieder ins Herz zu fühlen. Die Impulse aufzuschreiben. Ihr werdet spüren, dass manchmal Situationen kommen, die euch unglaublich ins Ungleichgewicht bringen. Lasst es geschehen. Sprecht mit euren inneren, wundervollen, geistigen Wesen, die euch begleiten. Und bittet um göttliche Führung, wenn es euch zu viel wird. Auch ihr dürft auch mal Stopp sagen. und auch sagen, dass ihr jetzt ein bisschen ums Gleichgewicht sozusagen bittet, weil es einfach enorm ist, was gerade geschieht. Und sie werden euch begleiten und euch diesen Prozess unglaublich sanft gestalten, indem ihr darum bittet. Die himmlische Erdenliebe, das höchste Schutzsymbol, kann euch natürlich helfen. Das Omega-Zeichen in euren Räumen zu haben oder an euch zu tragen, das schwingt sich unglaublich ein. Ich bekomme so starke Rückmeldungen, dass es natürlich, indem du jetzt dieses Zeichen bei dir hast, kann es dir jetzt sehr viel helfen, immer wieder das Gleichgewicht in dir zu integrieren. Und es sind Wirkungshelfer, die dich unterstützen. Es sind einfach Möglichkeiten. Du kannst sie wahrnehmen, wie du es in dir fühlst. Fühle deine Wahrheit und gehe nach deiner Wahrheit. So bin ich eine Möglichkeit, mit Jocelyn und meinem geistigen Team, dich auf deinem Weg zu begleiten. Und ich bin sehr gerne bei dir. Ich begleite dich mit voller Liebe, mit allem, was ich habe. Und das spürt auch meine Familie, denn ich bin sehr präsent in letzter Zeit und das ist meine Aufgabe. Dafür bin ich da. Deswegen möchte ich dir jetzt noch eine Seelenkarte ziehen. Ich habe sie wieder hier. Und so bitte ich jetzt, die Seelenbotschaft für euch da draußen, fließen zu lassen, die heute fließen darf. So mische ich jetzt mal für euch, die heute fließen darf, zum dritten Advent. Denn heute ist ja der, als ich das Video jetzt aufnehme, ist bei mir der 12.12.2020. Und das ist ein starkes, magisches Datum. So lassen wir mal fließen, was heute zu euch fließen darf. Und schon ist es gefallen. Einen Moment, ich hole es hoch. Ach, kriege ich schon wieder Gänsehaut. Schau mal. Die Fülle. So darf ich dir, deine Seele möchte sagen, dass die Fülle auf dich wartet. Die Fülle in dir und um dich herum. Und du kannst sie vollkommen in dir integrieren. Und das goldene Licht, das siehst du auch. Das goldene Zeitalter, das Christuslicht, das weiß-goldene Licht, das fließt jetzt in nächster Zeit zu dir. Und wenn du es spürst, dann nimm die Fülle an. Verbinde dich am 21.12. mit uns. Buche das Community-Treffen, deinen Platz. Sei mit uns. Fülle hinein. Damit du mit deinem Lichtkörper in vollkommener Fülle, in deine Fülle treten kannst. In deine Fülle. Seid gesegnet, ihr Leben. Liebe ist. Liebe will. Liebe bleibt. Liebe ist die Ewigkeit. So Lavana unterstützt uns, die himmlischen Kräfte. Und so wünsche ich euch einen wunderschönen dritten Advent. Advent, Advent, ein Lichtlein blend. Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier, dann steht das Christkind vor der Tür. Magisches Wochenende. Are you a? Untertitelung des ZDF, 2020